Was? Und Sie sind tatsächlich schon 65 Jahre verheiratet und wollen sich jetzt scheiden lassen? Ja, ich habe es satt mit dem Alten. Er bringt auch keinen mehr hoch. Aber warum wollen Sie sich denn jetzt noch scheiden lassen? Sie haben doch ein gesegnetes Alter. Ach, wir wollten das unseren Kindern nicht antun und haben gewartet, bis sie unter der Erde sind. Guten Tag, was hätten Sie gern? Ich hätte gern 250 Gramm Leberwurst, aber bitte von der fetten. Oh, tut mir leid, die hat heute Urlaub. Sag mal, wie ist eigentlich deine Frau so im Bett? Das gar nicht gar nicht sagen. Die einen sagen, so. Die anderen sagen, so. Weißt du schon, mein Opa ist verstorben. Wieso das denn? Ach, er hat sich mit dem Hammer auf den Daumen gehauen. Aber Darren stirbt man doch nicht. Ich weiß, aber als er nicht aufhören wollte zu schreien, mussten wir ihn erschießen. Wie ist er? Wie ist er? Untertitelung des ZDF, 2020